Logbuch Freiheit aufgezeichnet am 5.6. veröffentlicht am 10.6.2020. Gerade wurde das Konjunkturpaket beschlossen und es wird gerade lang und breit diskutiert und was man sich bei so einem Konjunkturpaket ja immer fragt ist, wo kommt die Kohle denn dann eigentlich an? In wessen Tasche landet die? Landet die in den Taschen der Konzerne? Landet die in den Taschen der Bevölkerung? Und wenn sie in den Taschen der Bevölkerung landet, wie wird sie denn dort verteilt? Und wir haben uns in Logbuch Freiheit Nummer 2 schon mal der Rolle von Frauen gewidmet und wir wollen uns heute mal einer Gruppe widmen, die im Sozialstaatsgefüge schon etwas länger außen vor ist und das sind Geflüchtete. Wie immer mache ich das mit Lea Beckmann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und mein Name ist Linus Neumann. Lea, erklär mir doch mal bitte, wie ist überhaupt die Versorgung von Geflüchteten geregelt? Ich höre immer nur, dass die von vorne bis hinten alles reingeschoben bekommen und sich hier eine goldene Nase verdienen. Nein, höre ich nicht ehrlich gesagt, aber es gibt Leute, die das behaupten. Ja, das können wir jetzt vielleicht ein bisschen widerlegen. Also die Versorgung von Geflüchteten, also der deutsche Staat muss natürlich auch Geflüchtete versorgen und das hat vor allem auch nochmal damit zu tun, dass Geflüchtete ja größtenteils auch ein Arbeitsverbot haben, also sich auch gar nicht selbst finanzieren können hier. Geniale Idee übrigens, also Spitzenidee, super Integrationsvoraussetzung. Also inzwischen gibt es zum Teil nach einem bestimmten Zeitablauf dürfen die auch arbeiten, aber eben viele auch nicht. Und es ist in den 90er Jahren dann also quasi so eine Art Sondersozialleistungsregime eingeführt worden, das sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz. Das war damals vor dem Eindruck der Geflüchteten, die aus Jugoslawien kamen und hatte also auch ganz offen angegeben, als Ziel vor allem auch so eine migrationspolitische Abschreckung von Geflüchteten nach Deutschland zu kommen, also die Leistungen zurückzudampfen, damit nicht Menschen nach Deutschland kommen, um hier Gelder abzugreifen. Darüber hat dann 2012 schon das Bundesverfassungsgericht entschieden und hat unter anderem gesagt, also diese rein migrationspolitische Absenkung der Leistungen ist nicht zulässig, denn diese Leistungen, die bemessen sich immer am Existenzminimum und haben damit ihren Fuß so in der Menschenwürde. Und Menschenwürde heißt ja eben auch, man darf die Menschen nicht zum Objekt staatlichen Handelns machen und darf also nicht die Leute unter das Existenzminimum drängen, um migrationspolitisch also andere Geflüchtete abzuschrecken, um nach Deutschland zu kommen. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals ebenfalls gesagt, dass die Leistungen evident unzureichend waren. Dann ist das ein bisschen verschleppt worden in der Umsetzung, aber 2015 ist dann das Bundesverfassungsgericht-Urteil in Teilen umgesetzt worden, aber schon bei der Umsetzung ist man quasi hinter den Voraussetzungen des Bundesverfassungsgerichts zurückgeblieben und hat dann in der Folge fleißig weiter gekürzt bei den Leistungen. Also man muss ja sagen, dass seit 2015 unheimlich gekürzt worden ist, also das Asylrecht einfach ganz stark eingeschränkt worden ist und die Leistungen eben seitdem auch massiv zurückgedampft worden sind. Was ist denn jetzt überhaupt der Unterschied zwischen so einer Hartz-IV-Versorgung und der Versorgung, die Asylbewerberinnen zusteht? Ja genau, diese beiden Regime sind so ein bisschen Parallelregime und beide haben eben diese Bemessungsgrundlage, die ich gerade schon genannt habe, die immer im Existenzminimum liegt, also sich aus der Menschenwürde und vielleicht auch aus dem Sozialstaatsprinzip ableitet. Also insofern erst einmal ähnlich, aber eben im Vergleich zu Hartz-IV sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eben nochmal deutlich geringer, also es gibt so einen pauschalen Abzug, einfach direkt von einer gewissen Summe und dann gibt es so ein paar Unterschiede zum Beispiel, dass Mehrbedarfszuschläge es nicht gibt, also zum Beispiel jemand, der Hartz-IV bezieht, der kann Zuschläge bekommen für warm Wasser oder in besonderen Situationen zum Beispiel bei Schwangerschaft oder auch für alleinerziehende Personen oder wenn man umzieht oder ähnliches. All diese Mehrzuschläge gibt es nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht und die Ausgestaltung der Leistungsbeziehungen ist divers verfassungswidrig und das ist auch divers in zum Teil Rechtsprechung und auch in ganz viel Literatur dazu anerkannt und drei Kernpunkte, die ich jetzt vielleicht mal darstellen würde mit dir gemeinsam, sind einmal Sanktionsmöglichkeiten, dann die Situation der medizinischen Versorgung von Geflüchteten, und schließlich so einen kleinen Sonderfall, Leistungskürzungen für Personen, die in Asylunterkünften, also in Sammelunterkünften untergebracht sind. Also, dass die Mehrbedarfszuschläge wegfallen, heißt ja de facto, dass den Menschen nicht ermöglicht wird, eine Schwangerschaft oder eine alleinerziehende Situation oder auch nur einen Umzug in irgendeiner Form zu meistern, weil das Geld ist ja so wenig, dass es dafür nicht reicht. Deswegen gäbe es ja für Hartz-IV-Empfängerinnen diese Mehrbedarfszuschläge. Sanktionen kenne ich auch von Hartz IV, habe ich schon immer mir sehr schwierig vorgestellt. Inwiefern muss man sich das vorstellen, wie sieht denn da die Verfassung die ganze Perspektive oder das Grundgesetz? Also, diese Sanktionen erstmal sind Möglichkeiten quasi, wenn jemand der Hartz IV bezieht oder eben Asylbewerberleistung, also Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezieht, wenn diese Personen eine bestimmte Pflicht nicht erfüllen, dann können sie sanktioniert werden und dann werden die Leistungen abgekürzt. Das muss man ziemlich kritisch sehen, denn diese Leistungen sind nach dem Existenzminimum, das sich aus der Menschenwürde ableitet, bemessen. Und dann ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, das ist das Existenzminimum und dann aber noch darunter geht mit Sanktionen. Und das Bundesverfassungsgericht hat eben, also jetzt im November 2019 zu Sanktionen in dem Hartz IV-Regime entschieden. Übrigens, dahinter stand auch so eine ganze Kampagne, das war eine strategische Prozessführung, es war super schwer, das nach Karlsruhe zu bringen. Nur mal zum Hintergrund, aber da hat das Bundesverfassungsgericht eben so ein paar Grundsätze ausgearbeitet, die, wenn man die jetzt auf das Asylbewerberleistungsgesetz überträgt, zeigen, dass ganz klar das Sanktionsregime im Asylbewerberleistungsgesetz umso verfassungswidriger ist. Da gibt es insgesamt inzwischen 22 Tatbestände für Sanktionsmöglichkeiten. Und anders als in dem Hartz IV-Regime, wo diese Sanktionsmöglichkeiten also eine Methode sind, um die Hilfebedürftigkeit, also die Person aufzufordern, quasi ihre eigene Hilfebedürftigkeit zu beenden, ist das im Regime des Asylbewerberleistungsgesetzes geht es darum, Ausreisepflicht durchzusetzen, migrationspolitische Ziele verfolgen. Und das Bundesverfassungsgericht hat also für Hartz IV gesagt, dass Sanktionen, die über 30 Prozent des Regelsatzes kürzen, unzulässig sind und dass es immer Härtefallausnahmen geben muss. Da kann man jetzt also ganz klar sehen, beim Asylbewerberleistungsgesetz sind die Kürzungen so eher um die 47 Prozent vom Regelsatz nach Asylbewerberleistungsgesetz. Wenn man das mal vergleichen würde mit Hartz IV, dann bis zu 57 Prozent. Also da wird massiv unter den Regelsatz gekürzt und auch weit über das hinaus, was das Bundesverfassungsgericht zulässt. Und es gibt keine Härtefallausnahmen. Dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, solche Sanktionen dürfen keinen Repressions-, also keinen Bestrafungscharakter haben. Also man muss immer auch zum Beispiel die Möglichkeit haben, durch eigenes Verhalten dann diese Sanktionen auch wieder loszuwerden. Und hier sieht man halt an diversen Sanktionen im Asylbewerberleistungsgesetz, dass die einzelnen Personen, die nicht wieder loswerden kann durch einzelnes Verhalten, sondern dass es einfach nur um eine Bestrafung geht. Und da ist so ein Beispiel, also eine Anknüpfung ist der Grund der Einreise. Da gibt es so eine Klausel, dass wenn man einreist, um Leistungen zu beziehen, dass man dann eben sanktioniert wird. Das ist super schwer nachzuweisen und auch deswegen, glaube ich, anzuzweifeln. Aber heißt im Ergebnis, die Person, das ist ja Verhalten der Vergangenheit, kann diese Sanktionen gar nicht mehr abwehren. Oder ein anderes Beispiel sind auch so Verteilmechanismen innerhalb der EU, wenn also jemand eigentlich in einem anderen EU-Land anerkannt worden ist, dann trotzdem nach Deutschland kommt, dann wird hier einfach gekürzt und das kann man auch nicht mehr durch sein Verhalten irgendwie wieder wettmachen. Schließlich muss man auch sagen, dass diese Sanktionen eben zum Teil auch Kinder betreffen, was total krass ist. Und wo es eigentlich auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts klar ist, dass man Kinder bei sowas außen vornehmen darf und denen jetzt nicht ihr Existenzminimum kürzen darf. Das wird eben auch nicht eingehalten in diesem Regime. Das heißt, es ist insgesamt verfassungswidrig, was dieses Sanktionsregime angeht. Der zweite Aspekt, den du benannt hast, ist die medizinische Versorgung. Ja, medizinische Versorgung, da ist eben so der Grundsatz, normale Menschen in Deutschland sind im Krankenkassensystem. Geflüchtete, also AsylbewerberInnen werden davon ausgeschlossen und die dürfen also nur behandelt werden gesundheitlich bei Akuterkrankungen und Schmerzzuständen. Das heißt also zum Beispiel, alles, was man irgendwie aufschieben kann, muss aufgeschoben werden. Also wenn zum Beispiel Personen zum Zahnarzt gehen, dann kann zwar der Zahn, wenn das Schmerzen gibt, kann der Zahn gezogen werden, aber es gibt keinen Zahnersatz. Wenn eine Person nicht richtig gut sehen kann, dann kriegt die keine Brille, wenn das keine Schmerzen auslöst. Oder auch zum Beispiel, also es ist wirklich, wirklich krass, oder auch zum Beispiel Operationen, wenn die aufgeschoben werden können, werden nicht durchgeführt. Also zum Beispiel, wenn eine Person eine nicht funktionierende Niere hat, dann kann sie Dialyse-Maßnahmen wahrnehmen. Und deswegen wird also nicht die Niere ersetzt durch eine Operation, weil das kann man ja irgendwie aufschieben. Die Person verstirbt ja nicht wegen der Dialyse-Maßnahmen. Also das ist wirklich krass. Und ein anderer Punkt ist vielleicht auch noch die Behandlung von psychischen Krankheiten. Das ist ja total klar, dass unter Geflüchteten es ganz, ganz hohe Quoten von posttraumatischen Belastungsstörungen und auch anderen psychischen Krankheiten gibt. Und auch diese psychischen Krankheiten, das ist eben divers umstritten, aber die Versorgung mit psychischer, Psychotherapie und ähnlichem ist wirklich schlecht, fast nicht vorhanden. Und unter anderem mit so Begründung, dass psychische Belastungen für Geflüchtete nun mal typisch seien und von denen auch auszuhalten seien. Und dass ja eben so posttraumatische Belastungsstörungen eben üblich seien unter Geflüchteten und deswegen auch nicht zu behandeln. Das ist sicherlich auch verfassungswidrig, da es gibt im deutschen Recht eben kein Recht auf Gesundheit. Aber es gibt eben auch körperliche Unversehrtheit, die geschützt werden müssen und Schutzmechanismen des Staates. Also auch dieser Punkt ist definitiv verfassungswidrig. Okay und der dritte Punkt, den du, also ich bin gerade ein bisschen schockiert, weil ich mir das wirklich gar nicht vorstellen konnte. Der dritte Punkt ist, dass es jetzt auch noch gekürzte Leistungen in Unterkünften gibt. Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Das ist eben nochmal so eine Regelung, die jetzt 2019 reinkam und die einfach sagt, pauschal alle, also es gibt so Kürzungen von Leistungen, auch bei Hartz IV, für Menschen, die in einer Partnerschaft zusammenleben. Weil man sagt, die wirtschaften zusammen und dann sparen die dabei auch Geld, also wenn die zusammen wohnen und kochen und so. Und da hat man jetzt 2019 eingeführt, so eine Art Zwangsehe von Menschen, also Geflüchteten, die in Einrichtungen leben. Und da sagt man einfach, ja die wirtschaften ja zusammen, die sparen und deswegen werden pauschal 10% der Leistungen gekürzt. Was total verrückt ist, weil die mit hunderten Leuten in diesen Unterkünften in ganz, ganz schwierigen Situationen leben. Also ich habe in Personen gesprochen und die beschreiben eigentlich allesamt diese Unterkunft als eine ganz, ganz schwierige Situation mit ganz vielen Leuten, die ihre eigenen Probleme haben. Das ist nicht wie eine Ehe, wo man tatsächlich in einer Wirtschaftsgemeinschaft füreinander einsteht und auch gemeinsam kocht und so weiter. Und trotzdem werden dann pauschal einfach unter das Existenzminimum nochmal 10% gekürzt. Das ist definitiv auch verfassungswidrig. Also echt krasse Zustände hinzukommen, wie krass natürlich Corona-Maßnahmen dann auch noch Geflüchtete betreffen. Ja, in diesen Unterkünften Abstandsgebote und Quarantäneverordnungen, die dann direkt eine ganze Unterkunft betreffen. Das scheint alles wirklich schwer vorstellbar, wie hier mit dieser Sache umgegangen wird. Vielleicht noch einen Punkt dazu. Bei mir, bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, ist meine Kollegin Sarah für diese Themen zuständig. Das heißt, wir haben das jetzt geprüft und da, also mehr darf ich glaube ich noch nicht sagen, aber wir planen auf jeden Fall also auch gegen diese Punkte vorzugehen in einem, also kollektiv gemeinsam mit hervorragenden MigrationsanwältInnen. Wichtiger Punkt und die Gesellschaft für Freiheitsrechte könnt ihr unterstützen und Logbuch Freiheit könnt ihr abonnieren. Unsere Zeit ist mal wieder leider abgelaufen. Wir wünschen euch trotz all dieser schlechten Aussichten einen schönen Tag. Wiedersehen.